Und eine weitere Folge mit BastiBasti bei den sündigen Geheiligten. So, was jetzt wieder? Direkt weil er hier. Das Moonwalk ans Auto, Moment. Ja, chilliger Moonwalk. Alles klar, läuft. So, wieder ein paar Damen einsammeln? Ne, wir müssen doch jetzt die Flyer verteilen. Ah. Läuft. Weirat habe ich eben auch schon gemacht. Läuft gut. Mäh, mäh. Haus, Zaun, Menschen. Alles gut. Hui. Mutterhaube. Oh. Okay, ich bin aus. Ich bin ja direkt übersprungen, die ganzen Texte hier. Ah, wir müssen die Dealer zum Kunden fahren. Warum steht er hier vor meiner Tür und schüttelt mir da? Warum werden wir vom Polizeigedöns verfolgt? Wir werden von allem gerade verfolgt. Nicht mal das Stopp-Schild hält hier auf. Wir halten sich auch in keine Verkehrsregeln, ne? Ja, warum mal. It is good to win. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ausgefahren. Läuft. schützen schützen leg ihn um ich bin dabei er läuft weg siehst du es nicht er steht da einfach das auto wenn die leute die fahrspruch blockiert ein motorrad und hier haben wir noch schönes für die verbessern habe ich freigeschaltet Ich steh doch da, was wollt ihr denn von mir? I'm just that awesome, bitch! Wir müssen gleich auf jeden Fall irgendwann mal anhalten, ich hab nicht mehr viel Muni. Ja, ich auch nicht, wir müssen das sonst alleine machen und dann bloß shoppen gehen, ey. Berat, rette den Dealer von den Cops. Kann ich weiter? Ja. Die Cops sind hier auf die Fersen, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Einfach weg. Okay, das kann ich. Einfach weg, kann ich. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwen umnieden oder so. Ja doch, nochmal zurück, da sind auch zwei Zielmarkierungen. Ach ne, ist abgeschlossen, siehst du. Was? Ups. Warum? Warum? Was tut das? Drück Tabulator und die Verbindung zu erreichen. Warum bist du? Und tust du sowas, ist es mir an. Ich wollte es nicht, weil es sieht mir so leicht. Ja, ich war nur einer. Konzentrate on your 3, wie gesagt. Ich darf mir gerne mal ordentlich was tun, während ich fahre. Dann hab ich dann mehr Konzentration. Was ist denn hier vorne für ein Pussy-Terror? Na ja nicht. Oh mein Gott, dieser Hubschrauber. Ja. Der babbert. Was ist denn hier vorne für ein Pussy-Terror? Na ja nicht. Du solltest noch mal einsteigen. Oh, alle Deals sind erledigt. Alles klar. Was los? Ich fahr den hinterher. Läuft. Und jetzt? Ach, geschafft. Ach, geschafft. Ach, 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 ach. Schnell die nächste. Das war ja nicht mehr los. Ah ne, erst einkaufen. Ja, das müssen wir unten wachen laden. Ne, gar nicht. Am besten kaufen wir einen, den wir noch nicht haben. Map. Genau. Karte, Karte. Wo sind wir? Äh, Knarrenladen. Da unten hab ich noch einen. Friendly Fire. Ja, dann Hände. Du fährst. Okay, markiert. Smoothie Einsteigen. Boink. Was entspanntes zu fahren. Da. Lalalalalala. Da. 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 Die. Wir haben viel lieber den Großen da gehabt. Fertigт укlappt? Ah, endlich. Sehr schön. Da parachute man in Ordnung Passmusik. Caute brauche ich doch Bargeld abholen damit ich auch genug Geld habe. Ja sehr schön. Kaufen wir mal einen. Sachen kaufen wir besser, Men Katherine und Wein Test wurden accessco�� zu bekommen. Der Granatenwerfer war auch schon wieder leer, weißt du? Das ist halt nicht kacke. Ah, immer dasselbe, ne? Ich kenn das. Waffen kaufen verbessern, kann ich die noch verbessern? Ist schon, ne? Rufe 3, uh. Ich dachte mal ne Schrotflinte, kann ich die noch verbessern? Ich hab nicht genug Geld. Alter. Okay, dann was mit dir? 7600. Ich kaufe gerade Munition auf. Geld geht aber auch schnell weg, du hier, wenn man ein paar Waffen verbessert, ne? So. Dann suche ich mir schon mal ne neue Mission. Äh, Karte. Äh, guck mal, das gefällt mir. Ne, die kostet Geld, das kostet auch Geld. Start doch die nächste Story, dass unsere Viewer die Story auch weiter sehen. Ach so, du möchtest, sorry. Okay. Dann wäre das wieder Simos mit Escorte. Ja. Ja, das sind die guten Escorten, ne? Ja. Du weißt welche Escorten. Oh yeah, Baby. Bei der ich mehr Spaß habe als du. Hast du mich jetzt ernsthaft rausgeschmissen? Nein, du bist rausgesprungen. Nein. Wie ein Leben. Bleib mal stehen. Ja, ich habe ein neues Auto. Ich möchte mal was rausprobieren. Ich habe nämlich eine Waffe gekauft, die ich nicht verstehe. Setz dich mal in dieses Auto, aber fahr nicht los. Alles klar. So, warte mal. Hast du eine Nagelpistole gekauft? Oder hast du einen Tracker dahin geballert? Ich weiß nicht, was das ist. Blicke ich irgendwie bei dir jetzt auf der Karte? Sieht aus wie ein Tracker. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Extras? Sehr kantig, das Auto. Ja, ich verstehe das auch nicht mehr. Oh, da geht das nur mit Autos, wo du nicht drinnen sitzt. Ja, es geht nur mit Autos, wo du nicht drinnen sitzt. Ach, die du fernsteuern kannst. Ja. Toll. Einsteigen. Geh' mal den Koffer raus. Dachte ich brauchte etwas mit mehr Gewalt. Oh, alter. Der Drift, ey. Oh, da muss ich früher einschlagen. Jetzt zum Beispiel? Jo. Okay. Wer hat das auf uns geschossen? Keine Ahnung. Maybe me. Gönne deinen Klienten etwas Spaß. Oh! Ich muss fahren? Du fährst? Das finde ich überhaupt nicht witzig. Ich fand das das letzte Mal viel besser. Okay, jetzt möchte ich. Und was muss ich jetzt machen? Fummeln wirst du. Mit der Maus musst du den richtigen Weg finden? Bin beleidigt. Oh, du darfst aber einen Mann verwöhnen. Viel Spaß! Alles klar, ich bin ganz froh, dass ich fahre. Willkommen mit der Steuerfahndung. Und passiv ist es so mit dem Herrn hinten auf dem Rücksitz. Halleluja. Also ich hatte ja noch viel Spaß mit den Damen, ne? Ja, come on, girl. You can do better. Das ist jetzt sie Person toll. Als jemand vor die Arschkarte gezogen hat. Scheiße. Können Sie bitte nicht so kack gefahren? Weil dann geht die Lust runter von dem. Geht mir Mühe. Aber du weißt, wer im Steuersitz? Mach hier mal so einen kleinen Aussch... Und je mehr Lust von dem runter geht, desto mehr muss ich daran ranfummeln. Ich will nicht an dem Typen fummeln. Ich muss immer eine Ziehversuchte. Was soll ich tun? Ja, fahr sie um. Ist okay. Ich muss die umfahren? Knapp verfehlt. Das gilt als knapp verfehlt, oder? Knapp verfehlt heißt, du triffst sie mich. So. Warte. Knapp verfehlt. Knapp verfehlt. Schmeiß den Kunden raus. Und jetzt samplst du das beste. Ja, passt. Du warst schnell fertig, Junge, oder? Hm. Auf Snapkin oder so? Alte Fresse. Hahaha. Hahaha. Scheiße. Hahaha. 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 Oh, Basti so. Oh, ich freu mich voll. Und dann steigt ein Kerl ein, ey. Hahaha. Das ist so weh für mich. Hahaha. 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 Er hat mal so'n schönes Auto. Hahaha. Wie bin ich so sicher, so wie du gerade absichtlich fährst? Einen Reifen schleift schon wieder. Hahaha. 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 Wie bin ich so sicher, so wie du gerade absichtlich fährst? Jaaa, es könnte sein, dass du irgendwas kompensieren musst. Ich bin gerade angespannt. Ich bin gerade angespannt. Ich bin in der Zwischenzeit auch noch mal bei Geld ab. Immerhin hab ich mit Pistolen. Du hast den Polizisten durch die Scheibe rausgeschossen, ne? Mir geht's gut. Ich bin nicht so sicher. Wir sehen den Motor. Und die Türen haben irgendwie ein epileptisches Problem. Das ist Car-Modification. Ach so, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja. Ah. Oh, da kam Geld. Guck mal, wir haben die Garage aufgemacht. Willst du es echt überspringen? Ja, wir kennen das ja schon alles. Aber hier können wir aus Domizil zugreifen. Ja, das bringt mir was. Munitionen auffüllen. Nee, das kannst du nur im Waffenshop. Echt? Ja. Hier kannst du Klamotten hindern etc. Ja, das will ich nicht. Übernehmen. Also waren wir doch vorhin gerade im Waffenshop. So ein Scheißdrich. Ah, die Party. Ja, ja, ja. Alles klar. Komm, steig rein. Oh, I'm gonna kill him. Ja, ja. You're taking his side? Ja, ja, ja. Fine. I'll see you at the penthouse. Oh, da war was. Die Kanten waren etwas härter auf dem Motorrad. Ja, warte mal. Next try. Weiter geht's. War nie passiert. GTA, Motherfucker. Ja. Oh, das war. Tatsächlich mal falsch. Aber ich stand ganz ehrlich. Oh, ich hab ein Polizeiauto gefunden. Ich hab keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Oh, wir müssen wenden. Oh, die Bullenautos driften aber gut. Alles klar, wir müssen zur pornösen Tittenparty bei uns. Wir haben's eilig. Eindeutig. Champagner, Koks und Nutten waren auf uns. Ab in unser Pornopenhau. Keine Zeit. Scheißegal, das ist eine Wendeltreppe. Das kann ich nicht laufen. Skitten. Was? Das kann ich nicht skitten. Das ist mein Hors. Das Hors ist großartig. Das kann ich nur gerne mining. Läuft. Also guck mal. Dann hätte mir nichts falsch abgenommen. Wofür steckt die die Knarre nochmal? Gar nicht. Die liegt doch aus dem. Ja, die nimmt seine. Wofür steckt die die? Genau, die mit Seine, die da einfach so rumliegt. Wohl, Gleichberechtigung siegt. Wo zerstrecken die anderen aus? Shit, Hose ein Hose! Shit, Hose ein Hose! Die Munition geht nach Ausfahrt, das ist nur mit Seines, genau das. Wuhu, Bam! Bam! Wuhu! Wuhu! Get down, get down! Get low! So, haben wir irgendwo was hier? Party Bitches? Die Zeit ist runter! Oh, wo geht's jetzt zur Sache? Ich hab noch irgendwo hier! Ich hab noch mehr! Ich glaub da oben. Wuhu! Oh, juhu! Wuhuhu! Ah, hier bei dir! Da gibt es noch mehr Hose Was ist denn hier ein Flügel? Was? Ernsthaft, Lady? Jetzt mal ganz unter uns. Danke. Was denn? Ich musste eine mal den Weg nach draußen zeigen. Die Damen sind halt nicht der Wünsche, das haben sie noch nicht ganz verstanden. Oh, das bist du. Die falsche Lampe. Falsche Lampe. Wo ist denn eine? Da muss sie über mir sein. Da hätte ich das gestöhne gerne hören. What the fuck? Ich höre sie stöhnen, aber ich sehe sie nicht. There are no challenges left. Du bist doch keine von denen. Ich bin doch schon wieder tot. Uh, boom. Ich habe gerade einen Engel genutzt. Irgendjemand ist irgendwo tot. Ja, ich weiß gar nicht wo. Wo sind die hingelaufen? Ich sehe nicht. Wo bist du? Heel geschlagen? Ernsthaft? Ja, weil er gestorbt ist. Erneut vom Checkpoint beginnen, oder? Ja. Grausam. Ich hatte gerade viel Spaß mit den Damen. Danke Timo Timo für den Follow. Hallo. Ich sehe es schon im Chat. Es geht jetzt gleich den Lord. Der ist so gut, ne? Wo sind sie? Wir müssen Sniper umbringen. Geht so, als hätten wir es schon. Wir haben die Mission geschafft. Wieso bin ich noch mal? Rechte Maßstaste? Hallo. Siehst du? Danke Timo Timo. Ich glaube, wir haben es, was? Ja, jetzt sollen wir den Strom wieder anstellen. Wir stellen schon mal den Strom an. Die Boah! Oh, der Heifen kennt dich. Anmal mal. Aber guck, look hype. Guck, wer schießt nicht auf wen noch? Irgendwo unten. Ach, da sind noch ein paar. Alles klar, mit zwei euch habe ich noch eine besondere Überraschung. Was sind alles unsere? Ach, da haben wir so lang. Oh mein Gott, was ist die los? Dildo Power. Was? Ich war ein bisschen gierig. Kann man das als gierig werden? Gierig. Ja, in riesen Dildo. In einem riesigen lilanen Phallos-Symbol um die Schläge. Ja, ich war gierig. Schnappst du gierig danach, oder wird es los? Oh, wir haben ja Power. Mit Zeit? Wo ist er? Da ist er. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich versuche hier immer noch die gierigen Dinger da abzugreifen. Aber ich sehe sie nicht. Ich komme von Dicki. Ja. Hi Timo. Ist es Dicki Online, oder was? Ja, ich glaube die eine wird jetzt gerade gekillt. Ja. Schlafen gelegt. Genau. Guck mal, wir haben einen Jacuzzi. Los läuft, Digga. Mal Lust, wie eben im Auto. Bisschen Nachhilfe zu leisten. Die fette Safety-Roll. Fette Safety-Roll. Fette Safety-Roll. Fette Safety-Roll. Fette Safety-Roll. Laser wieder. Ja, ich komme, komme, komme. Fette Safety-Roll. Hier ist okay, aber damit ist eigentlich Saints Row zu Ende. Benis? Ja genau, es gibt Benis. Und zwar, wenn du da ein Follow da lässt, gibt es erstmal direkt 50 Benis. Und für alle 5 Minuten Anwesenheit gibt es 5 Benis. Und warst du in diesen 5 Minuten anwesend und hast aktiv am Chat teilgenommen, gibt es für die 5 Minuten 2 Benis. Ansonsten für den Host noch 10. Und für gute Musik-Requests und wow. Belebe deinen Begleiter wieder. Ja. Ich muss mal gerade... Wenn ich hier runter springe, kriege ich nochmal ein Fallschirm? Oh, bitte, bitte, bitte. Nö. Da kriege ich nicht nochmal ein Fallschirm für. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben es seinen Fahrkünsten ja zu verdanken. So nice. Ja, Coop-Festung starten. Gib mal Gas. Genau, Benis ist zum Ausgeben da. Jetzt ist gerade der Sound Request aus, aber du kannst... ...sounds abspielen. ...sounds abspielen. Da steht aber alles unten weiter bei Twitch. Ja. Ich will nicht. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, mein Benis war eher zum Verzocken da. Ja, hier kannst du dir verdienen. Es gibt auch die bekannten Status, die du von Pro kennst. Ah nein, noch ein Pro-Bot-User. Ja, natürlich. Irgendwie treffe ich momentan dauernd welche. Ja, die treffest du auch nur durch Dickie und dann durch mich, logischerweise. Dickie ist einer der bekanntesten Pro-User. Ich zeig mein Gesicht und die Leute kriegen meinen realen Namen aus, dann sollten sie nicht wissen, wer ich bin. Aber ist ja egal. Wichtig ist nur, es ist ein Pro-User hier. Ach Gott, Politik-Scheiße. Ja, weg. Das ist ja ätzend, dass der Speicherstand abgefuckt ist. Da kann ich nichts für. Oh ja, jetzt kommen diese tollen Szenen. Ja, tu mal allein die YouTube-User, die das schon mal gesehen haben. Müsst ihr halt nochmal durch. Aber ihr habt neue, lustige Szenen entdeckt. Wie Basti sehr gut in seinen französischen mündlichen Prüfungen bestanden hat und äh... Oh geil, ich hab immer noch den Kitty-Rucksack auf. Wie du komplett nackt bist, aber diesen scheiß Rucksack aufhört. Läuft! Kitty-Rucksack. Hier meine Waffen wieder. Ich hab keine Ahnung, wo ich den versteckt habe, aber... Bäm! Nimm das, Baby! Nimm die! Na? Na? Ja, 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 ha, 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 ha... Kommen die raus, oder was? Ha, ha, hoo! Juhu! Zieh dir mal eine Pixelung an. Bäm! Und der nächste. Aua! Aua! Wo liegst du schon wieder? Oben, oben, oben! Warum tust du sowas? Alter, dich versorle ich jetzt erst extra hart. Dieser Schafschutz, der Typ nicht sterben will. Da geht er. Huah! Ja, ich steh drauf, den so richtig schön zwischen ein... Oh, das ist mein Kollege. ... in die Achselschweißhöhlen zu nehmen. Hier ist voll die Rammsteinhöhle. Oh, das war ein bisschen hart. Ja, genau! So gut! Ne, hier ist nichts. Bäm! So, irgendwo ist hier noch was, ne? Ja, ja, ich bin grad dabei, den Weg freizumachen. Die Damen! Haltet mal still! Zwillinge! Geht doch! Die muss richtig sein. Rodeo! Läuft! oh du scheiße ich finde die Wrestling-Woofs so unfassbar geil so jetzt mal ein bisschen in die Tür oh Basti hier habe ich noch jemanden für dich so das ist genau dein Typ hast du schon gesehen? das muss genau dein Typ sein stark willensstark kurz gekleidet strümpfe sweet mit dem Hoden genutzt alles klar komm in wo irgendwo scheint hier noch ein bisschen zu sein oh das war die falsche Das war die Falsche. Die sehen alle gleich aus. Juhu. So. Ich glaube, alle sauber, oder? Einer rennt hier noch irgendwo oben, da hinten. Ja, die wird gerade von den Noten vermöbelt. Jo. Da dann. Jo. Guck mal, mal gucken, ob ich so viel Sly gucken werde. Ja, keine Ahnung. Bist du mal gerne hier gesehen. Das ist ja mitbekommen. Auch die Leute freuen sich, wenn du da bist. Alles klar. Warte mal, ich muss mal gerade umrüsten. Glaube, er ist down. Er hat die Luft gerastelt. Hey. Zu, älter, ja? Na, nein. Wer kann schon die Luft wrestle, ne? Bitte, das ist ja wohl meine Kunst für sich. Also hier waren wir auch schon anders, ne? Ja, sag ich ja. Deswegen hier schnell durchspringen, dass wir da möglichst... Das freut mich sehr, dass dich das freut, Timo. Das ist sehr schön zu hören. Dass du dich immer drauf freust. Hat dir denn gestern das Viseria Cleanup gut gefallen? Oh Gott, Visclairia Cleanup. Das war so gut, ey. Ohne Scheiß. Ja, ich schaue mir nachher immer die Clips an. Dafür gibt es den, wenn es ein guter ist. Also macht keine Scheißclips. Denk dran, die Clips werden immer 30 Sekunden. Wie viele? 30 Sekunden später nochmal zurückgespult? 30, glaube ich, ja. Also wenn ihr geile Zähne habt. Oh, das war geil. Direkt Knopf drücken. Dann wird der Clip 30 Sekunden rückwärts wieder aufgenommen. Alles klar, äh, Mucke. Alter, nein. Ich will dieses Auto. Ich habe noch nie ein Dings-Auto gehabt. Fuck, fuck, bleib stehen. Was hast du? Bleib stehen. Oh, ach ja, das war ein Granaten. Ja, ich glaube, der sollte... Ich wollte immer schon mal ein Channel 6 Auto haben. Kannst du oben drauf... Kanal 6? Turtles? Ja. Kannst du oben drauf wohnen mit der Kamera? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ganz vorne. Oh, sehr schön. 18 Mucke. Oh, Alter. Alter, ich muss hier aufnehmen. Komm zu dir. It's my life. Don't you forget. Warte, still. Du bist geil, dass du dich wieder von selbst öffnst. Das ist geil. Alter, wo bist du? Ich bin vorgefahren. Ja, volle Möhre. Ich wollte dich mit dem Channel 6 Auto abholen. Nee, ich bin nicht so kamerageil. Ich wollte wissen, ob du da oben drauf kannst. Ich glaube, ich bin nicht so die Fame-Bitch. Mach mal Platz hier. Stehen alle im Weg. Ich muss wieder hoch irgendwie. Ich verstehe gar nicht, warum hier die Straßensperre ist. Was haben die denn alle? Restricted Area. Läuft. Na, schön mit 80s Musik hier durch die Gegend. Gefällt mir. Au, ey. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, hier ist das Militär gerade gewesen. Hast du Probleme, mein Freund? Äh, pfff. Leichte. Ich bin auch ein Bulle. Daher darf ich das. Oh mein Gott. Alter, ich bin definitiv drüben. Ich muss mal schauen, wie schnell ich zu dir kommen kann. Es sind nur noch 700 Meter. Ich habe, äh... Yeah, danke, Timo, für den Host. Wieso Slime in Slime macht? Ja, ich bin hier. Wieso ich denn sonst hier gerade? Ich kann nur eins. Spielen und... Äh, ich glaube, ich schaffe es nicht ganz. Auch wenn ich dicht davor bin. Ich hoffe, du sponst in meiner Nähe. Was? Weiß gar nicht. Ich glaube, die Mission ist abgebrochen dann, oder? Bin ich sicher. Auf jeden Fall bin ich jetzt gleich bei dir. Ja. Das Polizei-Motorrad war ziemlich gut. Das hat mir sehr geholfen. Äh, Geballer gefällt. Klar, das ist ja gut fürs Durchkriegen. Komm mal, jetzt sind wir gleich da, wo wir sind. Nicht mehr weit. Ich sei denn, es sei mal. Ja, ich... Leute, ihr kennt das Spiegel. Äh, nee, du bist da hinten. Aber warte mal, hier ist irgendwie mir ein Weg angezeigt. Mann, ey, können die kein Auto fahren, hier? Komm. Komm mal. Ey. Danke, ich habe das Airhorn, aber diesmal eher gesehen. Haha. Das ist der Vorteil. Wenn ich das Airhorn sehe, dann weiß ich, das kommt. Dann verjagt es mich nicht so. Aber wenn ihr mich in einer ruhigen Minute erwischt, ist das nicht so geil. Ich habe aber schon Angst vor Outlast 2. Ich glaube, ich mache den Soundbot dann aus. Die werden das so ausnutzen, ne? Ja. Die PS hat eine Abkürzung freigeschaltet. Geil, ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Also, weißt du, ich komme hier an und hier brennt alles bei dir. Irgendwie habe ich nur das Gelände verunstaltet. Hier brennt der Helm, oder was? Ich habe mir gerade eine Anfrage auf Steam geschickt. Flo sagt direkt, ne, 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 Soundbot bleibt an. Ja, das ist klar, dass das Flo sagt. So. Ja, liebe Leute, auch bei Slidy-Zuschauer. Outlast 2, wenn es rauskommt, wird gekauft. Gibt es bei mir live zu sehen. Und dazu gibt es diverse Steam-Gutscheine. Und wenn alles glatt läuft, jetzt sogar noch eine Outlast 2-Version zu verloben. Jupp. Alles bei Basti drüben. Alles bei mir. So, auf geht's. Wir müssen hier wieder die Scheiße machen. Den Mist machen. Ach, hier, wir wieder mit Leuten. Oh, geil. Ja, aber gleich kommt auch wieder der Tiger. Komm, da geht noch ein bisschen was. Ach, komm, Alter, da ist ja lustige Ketten gewesen. Ich brauche Unfälle. Ich brauche... Oh, jawoll. Ich muss überfahren werden. Komm, komm, komm. Jawoll. Und nach vorne. Und nochmal. Und einfach weiter zu. Genau. 140.000 ist doch ein Witz. Guck mal, ich sehe da ein Auto. Visier ist an. Und jawoll. Komm, das klingt vorne weg. Ich hasse die Mission. So haben wir nicht gewettet. Oh, ja. Oh, yeah, baby. Ja, komm. Nein. 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 Das war so verlockend. Jawoll. Komm. Ich brauche noch einen, der mich mitnimmt. Nein. Nein. Ich muss mehr Geld mit Versicherungsbetrug verdienen. Okay, jetzt einfach. Hattet ihr den Tiger nicht schon? Ja, aber dadurch, dass ich das System formatieren musste, ist unser Speicherstand abhanden gekommen und wir müssten diesen ganzen Quark nochmal... Ja, überfahr mich, überfahr mich. Oh, hier aber jetzt. Kann ich nicht auch einfach so tun? Warte mal. Oh, sauber. Kann uns tausend. Das wird, das wird. Oh, guck mal, du hast ja richtig geile Stelle. Oh, komm. Danke für den... Hat jemand einen Sniper schon abgeliefert oder war das in-game? Oh, sauber. Der hat mich auch richtig schön mitgenommen. Er hat das letzte Mal irgendwie 11.000? Komm, komm, komm. Das nennt mich doch ein Dummies-Spiel von damals. Ich weiß gar nicht, Crash-Test-Dummies. Stimmt, da gab es dann ein richtig schlechtes Game. Oh, yeah, Baby. Ich dachte, der speichert er nach Cloud. Ja, tut er auch. Aber bei Saints Row 3 hat das bei mir leider nicht, beziehungsweise mein Cloud-Speicherstand ist uralt. Ich weiß nicht, warum die Cloud-Speicherung bei Saints Row 3 aus war. Jetzt aber, komm. Oh, 6.000, 7.000. Jawohl. Eine Minute 30. Braucht irgendwie noch ein fahrendes Auto. Kommt da irgendwo welche? Da. Da, auf der anderen Seite. Ich muss mal hier gerade ein bisschen Anlauf nehmen. Eins, zwei, drei. Komm, da geht noch was. Warum bleibt der jetzt stehen? Ich hasse diesen Mist. Braucht einfach nur eine gute Sprungschanze. Die Kreuzung ist jetzt auch nicht so optimal, muss ich sagen. Normalerweise muss man in einen reinspringen und wenn du Glück hast, genau, kreilst du mehrfach ab und kriegst da so deine 7, 8, 9.000 zusammen. So, jetzt aber hier. Kann ich die Leute nicht umnutzen? Komm, das sind nur noch 10.000. Gib mir ein Gottverdammtes Auto. Oh Gott, auch noch daneben gesprungen, ne? Wen ist? Schnell, noch 600. Timo, es hängt ein bisschen davon ab. Ähm, äh, Dienstag, also auf jeden Fall, Dienstag, Mittwoch, vier Stunden, so wie Sonntag auch. Und wenn ich dann mit Dickie mache, kann das 8 bis 12 sein oder es auch mal so zwischendurch. Da gibt es keine Zeit. Aber ich sag mal, vier Stunden ist das Minimum, was ich abziehe trotzdem. So, was hier ist, äh, ne? Ich glaub, so eine Mission geht noch. Du musst das nochmal machen. Ja. Ja. Oh yeah, baby! Jemand, jetzt sitz ich hinten, okay. Ach du sitzt hinten, du darfst Molly werfen, ne, die ganze Zeit? Einfach Molly werfen. Genau, immer schön in die Richtung werfassert. Gib ihm. Die ganze Zeit. Ja, ich bin dabei. Gib Gas. Ich dachte, ich nehme noch ein paar Leute mit. Ohne die Konten verdient. Wenn wüsste die Stadt 1 Games keinen Bock mehr. Nice Cut. Am besten ist die klassische Musik die gerade bei mir läuft. Das macht das ganze noch viel wirkungsvoller, als wären wir wirklich psychisch gestört. Oh hier, da, los, los, fahr langsam vorbei. Rostick Needle. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Du musst durch. Du hast nicht so viel Zeit. Ja, ich sehe es. Fünf Sekunden. Guck mal hier. Krieg ich hin. Du musst mehr Leute töten. Dann krieg ich auch mehr Zeit. Power Slide. Boah. 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 Direkt so Mist jetzt. Gleich haben wir es wieder hinter uns. Juhu. Ja genau. Ne, also aktuell Dienstag sind es zwei Stück. Es sind zur Zeit Deluvian und War for the Overworld. Und wenn ich die durch habe, gebe ich euch einen Straw Paul, wo ihr euch dann ein neues Game für aussuchen könnt. So sieht das bei mir aus. So Basti, ich muss die Aufnahme stoppen. Am 5.12 Uhr sind wir vorbei. Ja. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Auch wenn alles doppelt ist. Egal, wir haben Spaß. Hau rein!